. . . . . . . Wunderschönen Nachmittag. Schön, dass Sie da sind heute. Die Polizei sorgt für Recht und Ordnung, das ist die eine Seite. In letzter Zeit ist auch oft von den negativen Schlagzeilen die Rede gewesen. Manchmal wird der Polizist auch nicht als Freund und Helfer gesehen. Also Klischees über die Polizei gibt es viele. Wir wollen der Sache heute auf den Grund gehen, die Polizisten menschlich zeigen. Wir wollen sehen, wer dahinter steckt. Ich habe die Polizei ins Studio geladen heute Nachmittag. Und wir starten mit Herbert. Herberts Werdegang ist ein sehr spannender. Man könnte sagen, vom Schubhäftling über den Wunsch Priester zu werden, ist er letztendlich bei der Polizei gelandet. Hier ist der Herbert. Herberts Werdegang. Herberts Werdegang. Herberts Werdegang. Wir waren damals fünf Geschwistern nach Deutschland gezogen. Weil der Vater dort einen Job gehabt hat. Und es war dann so, dass die Ehe bzw. die Beziehung zu meinem Vater in Brüche gegangen ist. Es hat sehr viel Gewalt in der Familie gegeben damals. Und wir sind dann Geschwister in verschiedenen Kinderheimen aufgeteilt worden. Aber in Deutschland das Ganze. Und irgendwann hat uns die Mutter wieder zurückgehalten. Wir haben dann in Dortmund gelebt. Und ich kann mich noch gut erinnern. Das war dann einmal so eine Nacht- und Nebelaktion. Es war im Februar 1978. Ich war damals acht Jahre alt. Ist dann plötzlich in der Nacht die Polizei vor der Tür gestanden. Ich hab nicht gewusst, um was es gegangen ist. Die Mutter dürfte gewusst haben, was es geht. Wir haben dann alles einpacken müssen. Wir haben ein paar Habseligkeiten gehabt. Also jeder eine Schachtel. Ich hab mein Spielzeug reingestopft, was gegangen ist. Das kann ich mich noch erinnern. War aber dann so, dass wir nicht viel mitnehmen haben können. Und wir sind dann mit einem Bus an die österreichische Deutsche Grenze gebracht worden. Nach Freilassing. Und im Reisepost, dringestanden von der Mutter noch, ist gestanden, abgeschoben. Wir sind damals wirklich abgeschoben worden. Und wir waren sozusagen auch Schubhäftlinge damals. Ganz eine interessante Geschichte. Weil damals war ja diese EU noch nicht. Und dann? Nein, es war dann so, wir haben dann relativ schnell Fuß gefasst. Also die Mutter hatte gekämpft wie ein Löwe. Wir waren ja dann zum Schluss schon sieben Kinder. Und haben dann eine Wohnung bekommen. Wir sind ganz nett aufgenommen worden von österreichischen Behörden. Von unseren Leuten wieder. Nett aufgenommen. Nett aufgenommen. Nett aufgenommen. Ja, und das ist dann so weitergegangen, dass irgendwas halt ein Schiff gekrennt ist. Wir haben in Radentein gewohnt, in der neuen Heimat. Das kann ich mir noch gut erinnern. Und dann plötzlich war wieder die Polizei da. Und die Mutter wurde festgenommen. Die ist dann fünf Jahre gesessen. Und wir Kinder sind dann ins SOS Kinderdorf nach Mosburg gekommen. Damals war ich ca. elf Jahre alt. Und bin dann dort im Kinderdorf aufgewachsen. Und du wolltest dann eigentlich, dein Weg hätte dich geführt zum Priestertum. Pfarrer wolltest du werden. Ja, richtig. Das hat teilweise damit zu tun, dass ich religiös erzogen war im SOS Kinderdorf. Wo ich sehr dankbar dafür bin. Und die haben mir eingeredet, ich wäre Pfarrer. Ich war dann Pfarrer. Ich war Ministrant. Und hab gesagt, ich möchte unbedingt Priester werden. War aber ziemlich wackelig. Weil das Problem war, ich war nicht in SOS Kinderdorf. Und es geht ja um eine Ausbildung auch noch nicht. Ich hab nur die Hauptschule gehabt. Und es wurde mir aber dann von Seiten des SOS Kinderdorf ermöglicht, dass ich in Horn die Matura machen konnte. Da gab es ein interdiözesanes Seminar für Priester Spätberufene. Dort bin ich hingeschickt worden. Dort hab ich die Matura mit Ach und Krach dann einmal geschafft. Und bin dann wieder zurück nach der Matura, nach Kärnten, also in Klagenfurt dann. War Sozialhelfer in der Kinder- und Jugendarbeit. War mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der richtige Weg ist. War aber davon noch überzeugt, Pfarrer zu werden. Aber ich wollte mir einfach Zeit lassen. Und wann hast du dich verliebt? Das ist relativ schnell gegangen, ja. Ich hab so nebenbei Jobs gehabt. Und bin dann ins Priesterseminar gegangen, nach Graz. Hab dort studiert. Und in Graz bin ich dann am Abend einmal fortgegangen. Und dann war's auch alles nicht. Dann war's vorbei mit dem Priester. Ich hab mich dann schwer verliebt gehabt. Mit der Beziehung, die hat eh nicht gehalten. Aber es ist eh besser vorher, als man verliebt sich dann später. Ja. Weil dann hast du gewusst, okay, das ist es nicht. Priester vielleicht doch nicht. Und wie bist du dann auf die Polizei gekommen? Nein, das ist dann ... Ich bin dann ziemlich, muss ich ehrlich sagen, lang geschwommen. Ich hab nicht gewusst, was ich machen soll. Ich hab eine Matura gehabt als Ausbildung. Das war eigentlich sonst alles. Ich hab keine Lehre, sonst gar nichts gehabt. Und dann hab ich mir überlegt, was machst du nicht? Dann hab ich das Bundesheer gemacht. Hab dann wieder ein bisschen gejobbt als Bodymaster, Lagerarbeiter, Bibliothekar. Und dann hab ich gesagt, so aus, ich geh jetzt nach Syrien runter. War dann auf den Golanhöhen ein Jahr lang unten. Und war dann, wie das zum Ende zuging mit dem einen Jahr, war ich dann schon 29 Jahre. Und damals war ich ein Aufnahmekriterium, 30 Jahre bis zur Polizei. Und ich hab gesagt, so, ich mach jetzt irgendwas. Und am Anfang war es eher so ein bisschen ein Druck. Es war nicht so, dass ich sag, das ist mein Traumberuf gewesen. Ich hab gesagt, ich muss aus meinem Leben was machen. Vielleicht hab ich mal als Kind reiber und Gendarm gespült, was in Erinnerung geblieben ist. Und ich hab mir das dann alles angeschaut, hab mir Informationen reingeholt über die Polizei. Und dann hab ich gesagt, eigentlich, ich probier's, ich mach's einfach. Gott möge mir helfen und beistellen, dass ich noch reinkomm mit meinen 29 Jahren. Und ich hab's dann tatsächlich geschafft. Aber sind deine ganzen Erfahrungen von früher, alles, was du erlebt hast und probiert hast, wichtig für deinen Beruf heute? Siehst du viele Dinge anders als ehemaliger Schubhäftling? Als quasi Mensch, der sehr gläubig ist? Weißt du, was ich meine? Dass du das nutzen kannst für deinen Beruf? Auf jeden Fall. Also es ist so, ich bin, ich behaupte mal, sehr sozial eingestellt. Das ist einfach von der Erziehung her, von dem, was man als Kind erlebt hat in der Kindheit. Und selbst, dass ihr immer mal Pfarrer werden wollt, nicht? Es ist so, ich bin ja im sogenannten koordinierten fremdenpolizeilichen Dienst tätig, im 14-, 15-Bezirk. Und da habe ich sehr viel mit Fremden zu tun. Und unter anderem auch, jetzt brandaktuell, mit sehr vielen Asylwerbern oder teilweise mit Schubhäftlingen, die wieder außer Landes gebracht werden. Und ich versuche halt schon, mit den Menschen ein Gespräch zu führen. Ich habe viele Freunde und Bekannte, die die Sprache sprechen und reden darüber. Und die versuchen einfach, in dem Gegenüber, dem Schubhäftling oder dem Fremden, einfach einen Menschen zu sehen. Genau. Ist nicht einfach. Durchaus nicht einfach. Aber es gibt, erstens, gibt es mir persönlich viel, nicht? Und ich glaube, dass es dem Gegenüber, wenn der eine Würde hat, wenn der menschlich behandelt wird, wenn der einfach angenommen wird, dann ist das eine gute Sache, nicht? Wenn man das irgendwie vermitteln kann. Du bist jetzt verheiratet und hast zwei Kinder. Kinder, genau. Die sind wie alt? Das Madl ist jetzt 6 Jahre und der Bub ist 10 Jahre. Okay. Und wollen die auch Polizistin werden? Oh Gott, das will nein. Es ist der Bub, der möchte gerne Profifußballer werden oder Gitarrist und Sänger. Die Kleine, die wollte einmal Polizist werden, aber die will immer nur dann Polizistin werden, wenn sie mich ganz lieb hat. Das heißt, ich kaufe ein Eis, dann hat sie mich ganz lieb und dann wird sie Polizistin. Und ansonsten will sie Prinzessin werden und derzeit ist sie eine Reitstallbesitzerin. Sie steht so auf Pferde. Gut, gut, gut. Josef, der ist seit 40 Jahren bei der Polizei und er war nicht wirklich begeistert, als seine Tochter in seine Fußstapfen getreten ist. Hier ist der Josef. Josef, du bist auch nicht gleich Polizist geworden, gell? Die Lehre war andere am Anfang. Genau. Ja. Ich hab gelernt Kfz-Mechaniker, bin dann zum Bundesheer gekommen und in dieser Zeit ist eben in meiner Firma der Meister abgesetzt worden. Und da hab ich mir damals gedacht, das passiert mir immer nicht. Und dann suchst du einen anderen Job. Ich hab dann getroffen, einmal einen Gehaltskollegen, der hat dann gesagt, der ist bei der Wiener Polizei. Das kommt mir auch gefallen. Ich hab angerufen, einen Monat später war ich bei der Wiener Polizei. Und ich hab keinen Tag davon bereit. Es ist einfach ein super Job, ein schöner Job. Aber auch ein gefährlicher. Auch ein gefährlicher. Deswegen warst du nicht begeistert, als deine Tochter gesagt hat, Papa, ich werd auch Polizistin. Ja, als Polizist braucht man auch ein bissel dicke Haut. Es sind so viele Schicksäle, Tragödien. Man muss jetzt alles verkraften. Der eine macht's leichter, der andere eben schwerer. Und meine Tochter glaub ich eher nicht. Aber sie hat gesagt, Papa, du kannst den Kopf stellen, ich geh zur Polizei. Und wenn sie heute 18-jähriges Mädchen mitkönnen, bist du hilflos. Vielleicht hast du dann doch vermittelt, innerhalb der Familie, dass du deinen Beruf liebst. Und auch halt die erfüllenden Seiten gezeigt. Ja, sicherlich. Man haut ja schon so das Image der Polizei. Auf der einen Seite, wenn was ist, man ruft die Polizei. Aber man ärgert sich natürlich auch. Ich glaub, du selber hast dich auch schon öfter über Straubzetteln geärgert. Weil man ist ja nicht gefeit davor, dass man selber welche kassiert. Auch die andere Seite, nicht? Also man ist halt so ein bissel. Aber grundsätzlich ist das Image schon ein gutes. Glaub ich auch, ja. Und ich hab's auch unterstützt, meine Tochter. Und ich hab gesagt, ich kann's einfach, ich will's machen. Aber ich unterstütze nicht. Ich bin sehr stolz, dass meine Tochter auch den gleichen Beruf hat wie ich. Ist ja natürlich nicht leicht, weil, wenn sie hört, den Namen Kastl. Bist du von denen? Ja, sicher ist es von denen. Aber das gehört nicht dazu. Weil ich vorher den Herbert gefragt habe. Und er hat gesagt, seine Kinder hoffentlich nicht. Dass sie denselben Beruf ergreifen. Aber das ist halt ein ... Das ist ein Beruf. Man braucht eine dicke Haut. War schon einmal eine Situation sehr gefährlich? Ich hab ihn mal angehalten und hab ihn mal einen Ausweis gefragt. Und er hat reingerufen und hatte ihn in der Faust Feuerwaffen gehabt. Und da wird man dann vorsichtig und beim Einschreiten und denkt dann öfter nach. Wie geht man das Ganze an? Ein bisschen mehr auf Eigensicherung in Betracht nehmen. Und das war eigentlich eine gefährliche Situation. So kann man's eigentlich überall sagen. Wenn man heute wo hingeschickt wird und dort ist irgendein Lärm, so kann das wirklich sein, dass die miteinander streiten. Es kann aber viel was anderes auch sein. Und in dem Moment, wo man heute angelopft, hat man immer Gefahr. Dementsprechend muss man sich einstellen, dass man das schon ein bisschen vorbeugend vorbeugt sein. Und du? Ja, also geschossen, Gott sei Dank hab ich noch nicht. Und ich hoffe, dass es in den nächsten zehn Jahren bis zu meiner Pension so bleiben wird. 15 Jahre. Haha, tust du dich erzählen? Ich hoffe nicht. Es hat immer wieder gefährliche Situationen gegeben. Es ist halt einfach in einer Großstadt wie Wien, es ist im urbanen Gebiet nicht, ist es vielleicht ein bisschen anders wie am Land. Wobei es am Land ist auch schon gefährlich geworden. Und eine Szene, wo ich echt einmal wirklich, ich muss sagen, Schiss gehabt hab, da hat es einmal einen Banküberfall gegeben in Wien. Und ich war mit der Kollegin unterwegs, eine zierliche, aber eine super Topf-Poliziste. Ich hab noch weniger Kilo gehabt. Und wir sind noch mit dem Funkwagen gefahren. Und haben die Fahndung über Funk dann gehört, dass das Auto, Marke war bekannt, ein paar Fragmente von Kennzeichen, eben die und die Richtung fahrt. Und wir waren in Unmittelbarn eh und immer gedacht, naja, wenn der jetzt da flüchtet, der Bankreiber mit dem Fahrzeug, dann wird er mit aller Wahrscheinlichkeit bei uns da vorbeikommen. Wir haben uns dann hingestellt und tatsächlich, im Moment fährt das Auto da vorbei. Ich sag jetzt so, Kollegen, was machen wir jetzt? Wir sind noch zu zweit da. Und im Auto sind aber schon vier gesessen. Und so gesagt, Blaulicht vollgetan haben. Dann haben wir gesagt, nein, wir machen das nicht. Wir sitzen und sind dann einmal zu weit drauf, das Auto fahren im Fahrzeug hinterher. Und schauen, wo er sich hin bewegt. Wir haben dann Unterstützung gerufen. Und es ist dann so gewesen, dass es dir vorkommt, wie eine Ewigkeit, wie eine halbe Stunde, wo keine Unterstützung dabei war. Dabei waren die Kollegen ja in zwei Minuten da. Und der ist dann einfach weitergefahren. Und ich sag zu den Kollegen jetzt so, jetzt oder nicht. Weil wenn er jetzt bei der Kreuzung da verkehrsbedingt wegen dem Rotlicht stehen bleiben muss, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, zuzuschnappen oder er ist weg. Sie rennen oder fahren in eine andere Richtung. Und wir haben gesagt, nein, wir machen es. Sind wir ausgeschwungen? Oh Gott. Bistolen ausgeschrien. Polizei so laut in meinem Leben noch nie geschrien. Ich hab das so angehalten. Keine Reaktion von drinnen. Mach ich die Tiere auf, außer den Lenker. Handfesseln rauf. Dann den Beifahrer genauso. So, jetzt haben wir aber keine Handfesseln mehr. Hinten sitzen aber noch zwei, nicht? Und das kommt dir wie eine Ewigkeit vor, dass niemand da ist von den Kollegen, nicht? Das Blaulicht haben wir uns eh schon gehört, nicht vollgetan haben. Und die waren eh schnell da, nicht? Und ich muss dann ehrlich sagen, für mich persönlich war das so ein einschneidendes Erlebnis, als ich gesagt habe, bumm. Erstens war der Puls auf 200, Adrenalin ziemlich hoch, nicht? Und ich hab wirklich Schiss gehabt, muss ich sagen. Das gebe ich als Polizist ganz zu, nicht? Aber das sind halt wir, weil wir auch noch Menschen sind, nicht? Naja, ihr lernt ja schießen und wie man sich verhalten soll. Das lernt man ja, nicht? Ja, genau, ja. Ja, ja. Aber wenn's dann drauf ankommt, klar. Ja, es ist schwierig. Wir haben eine gute Ausbildung. Wir haben wirklich eine gute Ausbildung. Wir machen ein regelmäßig Schießtraining. Es ist halt auch situationsbedingt, nicht? Wie man dann reagiert, nicht? Wenn man Glück hat, reagiert man genauso, wie man's gelernt hat, nicht? Und wenn man Pech hat, reagiert man vielleicht gar nicht so, nicht? Viele Menschen, es ist nicht nur Polizisten, aber man braucht oft einen Ausgleich. Viele finden das in einem Hobby. Ich glaub, du radelst gern, gell? Ja, freilich. Das ist ein super Ausgleich. Ja, freilich. Wo war's schon überall? Naja, das ist auch so was. Ich bin in Jakobsweg gefahren von mir zu Hause von Losdorf bei Melk. Schollach heißt richtig die Ortschaft. Nach Spanien. Nach Santiago. Der Compostero. Genau. 3.100 Kilometer. Alle auch nicht? Ob der Schweiz war ein Freund mit mir mit. Und sind wir 22 Tage rausgefahren. Und seitdem hab ich Lust aufs Radfahren. Letztes Mal war ich in Rom von der Heimweg. Dann das nächste Jahr in Hamburg. Und jetzt bin ich grad zurückgekommen von Amsterdam. Und hab mir Amsterdam angeschaut. Schön. Dort fällt man ja gar nicht auf mit Radl. Ist ein Wahnsinn. Wenn man sowas sieht. Am Bahnhof 2500 Vorräder. Das gibt's nicht. Aber jetzt wisst ihr, da war meine Frau acht begeistert. Und die ist acht einen Jakobsweg gefahren mit mir schon. Aber auf drei Etappen haben wir's gemacht. Einmal von Lourdes bis Santiago. Und vor zwei Jahren war ich von Völdkirch nach Lourdes. Und das ist einer der schönsten Urlauber. Zwar anstrengend, aber ausgleich. Man kriegt einfach dann eine Kraft. Also ihr, du bist sportlich. Was machst du für Ausgleich? Ich wünschte, ich war auch so sportlich. Ich auch. Aber man muss reinwachsen. Nein, das kommt schon. Ich spiel jetzt Tennis nicht. Na schau. Mir ist schlecht, aber es funktioniert. Und ich schreib Lieder. Also ich schreib so Austropop-Lieder. Ich spiel Gitarre selber. Zeichnen, Malen tue ich. Je nachdem, wie es halt die Zeit erlaubt. Zeichnen, Malen ist ein super Stichwort für meinen nächsten Gast. Weil der hat nämlich, ist natürlich auch Polizist, der Gerald. Und er hat eine Leidenschaft für Gesichter. Herzlich willkommen. Es kann schon mal passieren, wenn man dir länger gegenüber sitzt, dass man sich dann irgendwo wiederfindet. Aber nicht so, wie man ausschaut, sondern ein bissel anders. Das stimmt. Ich bin Karikaturist nebenbei. Und verzehre fallweise Gesichter, ja. Da gibt's, habe ich nachgelesen, ein Areal im Hirn, das heißt Gyrus fusiformis. Das ist dann ganz gut ausgeprägt. Also wenn's gut ausgeprägt ist, dann ist man so auf Gesichter spezialisiert. Da bist du besser als ich vorbereitet. Du bist, ja, besser vorbereitet vielleicht. Aber das dürfte bei dir sehr gut ausgebildet sein, weil du dir diese Details merkst. Ich denke, ja. Auf jeden Fall. Ist auch sicher gut beim Identifizieren von irgendwelchen Tätern. Muss man wissen, gell? Ich faszinier' auch immer diese Phantombildzeichner, gell? Das könntest du wahrscheinlich auch machen. Hab ich schon zweimal gemacht, aber mit mäßigem Erfolgen. Wie bist denn zur Polizei gekommen? Auf Anrieb meiner Mutter eigentlich. Ich war 15 Jahre alt, war im Gymnasium in Mantersburg das fünfte Jahr. Und das Lernen überdrüssig. Und dachte mir, gehen wir zur Polizei. Nicht, weil man dort nix lernt. Aber auf jeden Fall bin ich dann draufgekommen, wo ich dort eigentlich noch mehr lernen habe müssen. Auf jeden Fall mit Materie befassen müssen, die 15-Jährige eigentlich noch nicht wirklich kapieren konnte. Und diesen Schultipp gibt es mittlerweile nicht mehr. Hab das dann bis zum 18. Lebensjahr ins öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis aufgenommen worden. Und hab die ersten 10 Dienstjahre in Wien beim Verkehrsunfallkommando verbracht, wo ich nur Unfälle mit Verletzten und Toten aufgenommen habe. Das war schier, ne? Kommt einiges vor, ja. Und sehr jung warst du ja noch, ne? Das ist richtig. Also mit 18 bin ich eigentlich so aus der Kindheit rausgenommen worden und dann in die große Stadt gesteckt worden und hab dort meine ersten sehr lehrreichen Jahre verbracht. Sind das eigentlich so, auch die Frage an euch beiden, wenn man sowas sieht, ihr werdet ja auch schon Tote gesehen haben oder irgendwie, bleibt das im Kopf? Ich kann nur sagen, genau den ersten Toten, was ich erlebt hab, ein Mann hat ein Schulwachtzimmer in 17 Bezirk, alter Mann, wie der über die Stiegen runtergegangen ist, wie der paar Stiegen zusammengegangen ist, da gestorben ist, das ist mir heute noch in Erinnerung. Das ist jetzt 39 Jahre her. Das vergisst man einfach nicht, das ist so. Ja. Aber mit dem muss man fertig werden, das gehört eben dazu. Wie gesagt, da waren auch ein Grafzimmer und es gibt halt Leute, die sowas nicht verkraften. Gut, aber du bist ja dann weitergegangen. Du bist ja nicht dort geblieben, sondern hast dich dann immer wieder weiter ... Alle zehn Jahre, Gerald, hast dich beruflich innerhalb der Polizei verändert. In diesem Ausmaß, ich bin jetzt mittlerweile ... Also nicht beruflich, aber ... Ich bin zwar erst 46, weil ich mit 15 begangen habe, schon 31 Jahre dabei. Und mache so alle fünf bis zehn Jahre einen Wechsel. Bin dann 1998 nach Eisenstadt gekommen, war dann ein Jahr im damals Asyl-Anhaltezentrum. Also die gleiche Problematik wie vielleicht heute. Bin dann in das Wachzimmer, damals Wachzimmer, jetzt Polizeiinspektion Rusterstraße, beim Schloss Esterhase oben. Und hab dann neun Jahre dort Dienst versehen, einen ganz normalen Wachzimmerdienst. Dann war ich fünf Jahre in der Schleier-Fahndung in ganz Österreich unterwegs. Bis jetzt vor ein paar Jahren mein Sohn. Ich bin mehr oder weniger Alleinerziehender. Meine herzige Freundin unterstützt mich da sehr tatkräftig. Mein Sohn bei mir jetzt lebt und hab dann die Teilzeitvariante gewählt. Und wie gesagt, ich hab meinen zweiten Beruf als Karikaturist und kann mir das Gott sei Dank leisten. Und du hast ein ganzes Buch voll davon. Also nicht nur eins, viele, aber das letzte. Da bin ich auch drinnen. Herzlichen Dank. Hab ich mich ein bisschen gefurchten. Aber wir werden es jetzt eh gleich einblenden. Aber es ist nicht so schlimm. Du warst eh lieb zu mir. Zu Damen bin ich besonders lieb. Und dich selber hast du auch karikiert? Ja. Ja. Das sehen wir jetzt auch noch. Gleich. Ja, da warst du ein bisschen besser. Wie gesagt, ich hab die doch überschaubare burgenländische Promo-Szene im vorigen Jahr in ein Buch zusammengefasst. Genau. Bin doch auf 86 Personen gekommen. Man glaub es nicht. Und hab ich dich auch verewigt. Gute Ausgleich sozusagen. Genau. Jetzt kommt die Heidemarie. Ist auch eine Burgenländerin. Und hat einen wirklich außergewöhnlichen, treuen Arbeitskollegen. Einen mit der kalten Schnauze. Hier ist die Heidemarie. Der vierbeinige Kollege ist im Einsatz. So schnell kann's gehen, deswegen hast du ihn nicht mit. Was mich sehr traurig stimmt, ich liebe Schäferhunde. Aber du musst jetzt erzählen, wie du dazu gekommen bist. Warum bist du in der Polizei- und Hundeabteilung gelandet? Ja, das ist daraus entstanden, einfach das große Interesse am Hund. Ich wollte schon ein kleines Kinderhund haben. Es hat Jahre gedauert, bis meine Mutter endlich mal zugestimmt hat, dass ich mir einen nehmen darf. Und der war immer mit mir mit dabei. Und dadurch ist die Liebe zu dem Tier entstanden, auch zu dem Hund. Und das hat mich immer nach und nach interessiert. Und dann bei der Polizei. Dazumals habe ich mir noch einen Hund genommen, einen deutschen Schäferhund Mischling. Und durch diesen bin ich dann zur Polizeidiensthundeabteilung gekommen. Weil dazwischen hast du ja die Kindergartenpädagoginnen in Lehre. Oder wie sagt man da? Du warst eine Kindergartenpädagogin. Genau. Zwischendurch, ne? Genau. Das ist eine fünfjährige Schule mit Matura. Und die habe ich auch fertig gemacht. Aber da war ich nur ein halbes Jahr. Weil? Ja, ich arbeite doch lieber mit den großen Kindern als mit den kleinen. Mit denen, die nicht zurückreden, gell? Ja. Und deine letzte Hunde, also du hast jetzt, glaube ich, drei Hunde zu Hause. Und eine ist schon in Pension? Eine ist schon mittlerweile pensioniert worden. Die ist jetzt zehneinhalb Jahre alt. Das ist die Bonnie. Und die war zusätzlich ausgebildet als Drogenspürhund. Und die war die beste überhaupt, gell? Ja, die ist prämiert worden als die beste Drogenspürhundin. Von Wien. Wahnsinn. Man sagt ja oft, was man halt so hört und liest, sagt man, naja, die werden süchtig gemacht, die Hunde. Aber das stimmt ja nicht, ne? Nein, das stimmt nicht. Also süchtig machen wir unsere Hunde auf gar keinen Fall. Weil da wäre dann die Problematik, wenn der Hund süchtig ist, würde er nicht mehr lange leben. Und wir wollen das natürlich unseren Tieren nicht antun. Und es wird das Ganze aufgebaut über den Beute- und den Futtertreib. Der Hund lernt, wenn er diesen Geruch anzeigt, durch ein Verhalten wie Platz oder Sitz, bekommt er dafür sein Balli. Okay. Also gar kein Leckerli? Aha doch, ja. Auch, auch. Aber lieber haben sie das Balli. Okay. Und das tut man, wie lange werden die ausgebildet, so Hunde? Also eine Spezialausbildung, wie die Suche nach Drogen, die dauert acht Wochen lang. Okay. Da werden die Hunde drauf trainiert. Diverse Geruchsstoffe, wie Kokain, Heroin, Cannabis, noch die Amphetamine wie LSD, Ecstasy anzuzeigen. Und was sagt man da Such? Ich zum Beispiel sag Revier, wer anders sagt wieder Such. Also das kann man frei entscheiden. Manche bilden ihre Hunde auf Französisch aus oder auf Englisch. Das ist jedem Hundeführer selbst überlassen. Man hat schon einen Respekt, wenn man so den Schäferhund sieht. Ja, natürlich. Weil jeder, der einmal einen Hundebiss gesehen hat, weiß, dass das weh tut. Dass das sieht man. Und wenn man mit einem Hund auftritt, dann sind die Leute draußen distanzierter und halten sich mehr zurück, weil sie einfach Angst und Respekt vor dem Hund haben. Du hast ja dieses Erlebnis mit dem einen Verbrecher, der irgendwo geflüchtet ist und dann plötzlich vor dir starb. Ja, das war ein Drogendealer. Während die Cobra bei der Wohnungstür hinein ist, ist der beim Fenster hinaus. Und da bin ich alleine draußen mit meinem Hund damals gestanden, mit der Bonnie. Und sehe das in fünf in der Früh, wie der vom Fenster zu Fenster klettert, von Balkon zu Balkon und dann runterspringt. Und im Endeffekt hat es nur gereicht, dass ich mit dem Hund hinlaufe, der Hund ihn verpellt und er hat sofort aufgegeben. Also normalerweise denke ich, wäre er weiter geflüchtet, wenn der Hund nicht gewesen wäre. Aber so weiß er, der Hund ist schneller als er. Auf alle Fälle sind wir alle Kommissarex gebrandet. Über Jahre verfolgt. Gut, machen wir ein kleines Bäuschen und es bleibt natürlich spannend. Es kommen noch weitere Kollegen auf die Bühne. Darunter auch ein Kollege, der als der Mentalist bezeichnet wird. Sehr spannend. Bis gleich. Morgen. Der beliebteste Privatdetektiv. Was soll das? Was schnüffelst du hier oben? Ich wollte nur mal gucken. Und? It's much fun in the streets of our beautiful town Munich. Magic. Das heißeste Pflaster. Morgen ab 20.15 Uhr ein Fall für zwei. Und München 7 in ORF 2. Wir sind alle bei der Polizei. Das ist mein Thema heute Nachmittag. Ich habe Polizisten, Polizistinnen eingeladen, die ein bisschen über ihren Alltag, den beruflichen, aber auch Privates von sich geben und erzählen. Viele spannende Zugänge zumindest. Sitzen alle vier auf der Bühne jetzt, die nicht unbedingt gleich zur Polizei wollten. Ja, stimmt. Eigentlich. Kindergärtnerin, alles ist dabei. Pfarrer, Priester, Mechaniker, Maturant. Was wär denn dein Traumjob gewesen, Gerald? Ich wär gern Tierarzt geworden. Tierarzt. Na schau. Ich hab' sämtliches Kleinvieh, sie ein Jung schon zerlegt und ... Aha. Okay. Verstehe. Die tiefste Anatomie der Maus eingetragen und das war dann ... Ja, spannend. Ja, ja, ja. Gut. Jetzt kommt ein Mann mit einer besonderen Gabe. Obwohl er sagt, also bitte, ich hab' ja keine besondere Begabung. Aber irgendwie hat er sie doch, weil er viele Dinge spürt und erkennt. Hier ist der Michael. Michael. Hallo. Du sitzt neben deinem Chef, gell? So ein Zufall. Aber ihr versteht sich eh gut, gell? Natürlich, sehr gut. Natürlich. Du wirst oder wurdest in den Medien bezeichnet als der Mentalist. Jetzt gibt's eine Serie aus Amerika. The Mentalist. Sehr spannend. Seh ich sehr gerne. Natürlich, ja. Dieser Mann hat eine besondere Gabe. Und du sagst, naja, ich hab das nicht so. Aber du hast das schon. Du gehst und entdeckst und siehst was im Menschen. Naja, so wie es im Film auch ist. Er hat keine spirituelle Gabe oder keine Geisterstimmen. Was passiert ist, ist einfach nur ein Zusammentragen von Informationen. Und die deutet er einfach ganz gut. Zum Beispiel, was siehst du da? Wenn jemand ein Verbrechen vorhat oder kurz danach, nachdem er alles begangen hat, kann man das, wenn man die Informationen weiß zu deuten, ablesen. Du spürst die kriminelle Energie. Nein, nein, nein. Spüren nimmer gar nix. Wir deuten, analysieren und handeln dementsprechend. Spüren nimmer nix. Also Körpersprache. Dienstlich gesehen. Okay, okay, okay. Es ist sehr spannend. Du spazierst auf der Herdnerstraße, auf der Neuer-Hilfer-Straße. Ich streife. Okay. Spazieren möchte ich ein bisschen freizeitmäßig. Okay, okay. So angezogen. Also nicht ... In zivil, ja. In zivil. Und schaust die Menschen an. Ja. Mhm. Und schaust, ob sie sich anders benehmen oder irgendwie schauen. Keine Angst an den Herren oder in der zweiten Reihe. Ich bin jetzt der Privater und wir werden das jetzt nicht weiter verfolgen. Nein, also man sieht das draußen halt noch speziell in den Einkaufsstraßen. Wenn der da jetzt zum Beispiel einen Taschendiebstahl vorhat oder was, ist der anders drauf, als wenn er shoppen geht. Aber nur noch einmal, das sind bestimmte ... Das ist ein Ausdruck oder ein ... Also es ist etwas Körperliches, was du siehst. Es sind viele kleine Einzelheiten, die zusammengereiht, wenn man es deuten kann, darauf schließen lässt. Genau. Und das kannst du einfach. So bist du auf die Welt gekommen oder das lernt man? Na, ich bin zur Polizei gekommen 2004 bei meinem und auch jetzigen Chef noch. Und der ist da sehr dahinter, dass er die Jugend fördert und schaut, in was für einer Richtung, dass die interessiert sind. Okay. Und da hat er mich mit hinausgenommen in die U-Bahn und haben wir, das war gleich in der ersten oder zweiten Woche, haben wir eine Taschendiebe gesucht und haben auch relativ schnell welche gefunden. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich lässiger als wie Führerschein zulässt geschehen. Okay. Passt auch Pistole und sowas mit? Natürlich. Okay, gut. Bewaffnet ist a vorgesehen und b wegen der Eigensicherung zielführend. Außerdem weiß man ja nie, was passiert, weil es sind ja Tage, da ist hinter mir Banküberfall und vor mir explodiert ein Haus. Ja, da kommt alles zusammen. Aber wenn du jetzt einen Tipp an jene, die quasi durch die Straßen spazieren, also normale Menschen, so wie wir, soll man irgendwie die Tasche besser halten? Also gibt es irgendeinen Tipp? Weil oft ist es ja so, die modernen Taschen haben ja gar keinen Zipferschluss. Das ist alles so offen und dann gehst und ... Tipps sind jetzt ja sehr zielführend. Man soll immer auf die Tasche achten und nie sie stehen lassen. Aber wenn wir die Opfer dann befragen, es lässt sich niemand stehen und nie nirgends. Es ist außer heute dieses eine Mal. Also es ist immer heute dieses eine Mal. Und sie haben ja nie Bargeld dabei, außer heute dieses eine Mal. Also die Tipps sind halt, ja. Okay, aber grundsätzlich wäre der Tipp, achte auf die Tasche, hab sie nahe bei dir. Oder das Geld Bärsel halt nicht in der Hosentasche, ne? Ja, das Einfachste sind die Damen in Schuhgeschäften, die die Tasche nur kurz abstellen. Und dann nur drei, zwei Gänge weitergehen. Ja, Schuhgeschäfte ist der Hammer, ja genau. Einen anderen Schuh holen und dann ja gleich wieder da sind. Die was aber normalerweise eh nicht machen. Außer heute. Ja, ja, ja. Aber noch einmal die Geldbörse im Hosensack. Die Geldbörse im Hosensack ist schon ein bisschen ein schwierigeres Unterfangen, weil man einen zweiten Kontakt braucht zum Ablenken. Also die werden auch bei der Schulter angerempelt. Damit er fest angerempelt, damit er den Druckverlust in der Gesäßtasche da hinten nicht spürt. Spannend. Bitte. Aber das passiert der Polizei. Letztes Jahr war er mit meiner Frau in Rom. Und wir waren auf der Abreise. Wir sind vom Hotel zum Terminal zum Bahnhof gegangen. Und plötzlich vor mir drei südländische Typen, wenn ich das so bezeichnen darf, stürmen auf uns, sagt, ich die Koffer in der Hand. Und ich sag zu meiner Frau, passt schon, ich mach das schon. Ich bin ja Polizist. Und es war dann so, dass ich weitergegangen bin. Und die kommen her, bedrängen mich. Sie sagt, Schatzi, Schatzi, Busse, Busse. Ich sag zu meiner Frau, renn, renn. Das sind Bettler. Waren aber auch keine Bettler. Und ich hab mich so durchgedrängt. Und dann kommt einer mit einem Karton daher. Und ich sag, nein, danke. Und dann hab ich gesagt, was wollen die von mir eigentlich? Dann hab ich gesagt, aus, Polizei, Polizei. Ich sag, nein, net. Bin weitergegangen net. Und dann im Terminal. Weg. Weg. Ja, so auch mir passiert net. Also ich war nicht gefeit davor. Kann nicht schnell gehen. Dein Rekord liegt bei, glaub ich, elf Taschen. Nein. A ist es ja nicht mein Verdienst. Sondern es ist ja die gesamte PI und die einschreitenden Kollegen. Also es sind viele unterwegs? Nein, unterwegs. Streifen. Ich ... Nein, nein. Ich mach die Streife. Und wenn dann die Verdächtigen eben beobachtet wurden und sich die Tat abgespielt hat, dann werden die uniformierten Kollegen zur Unterstützung gerufen und zusammen werden nachher die Täter angehalten. Das mit den Elftaschendiebe war einfach ... In der Vorweihnachtszeit ist dann schon natürlich viel los. Und da war auf den Einkaufsstraßen, wurden da insgesamt in unserem Bereich eben Elftaschendiebe zu mehreren größeren Gruppen halt. Da muss ich schauen, was dazu ist. Der Maike ... Wir sind gemeinsam rausgegangen. In der Zwischenzeit ist ja besser geworden wie ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach so. Guter Lehrer. Wirklich wahr. Mich freu mich wirklich. Und die meisten Taschen befein' dir auch selber. Weil wenn er dann anruft, sagt der Chef, ich brauch's nicht mehr. Ich bin da irgendwo drauf. Und bis man hingekommen hat, hat er das schon alles gebracht. Danke sehr. Und da ... Es gehört dazu, da muss man ein bisschen ... Man muss dazu geboren sein. Aber man braucht auch eine Ausdauer. Weil jetzt könnt man reden drüber. Jetzt geht er zehnmal raus. Oder fünfzehnmal raus. Oder nix. Und da braucht man schon immer eine Motivation. Ja. Da geht er mal raus. Und ich sag, Maike mag's eine Streife. Und kommt einer am Tag mit vier Taschen dir. Da geht's wieder fast rüber. Aber es braucht sehr wohl eine hohe Motivation und eine hohe Ausdauer. Aber ist das schon etwas, das zieht sich auch durch dein privates Leben? Also wenn jetzt am Abend unterwegs wärst mit Freunden oder so, im Lokal schaust's wahrscheinlich auch, ne? Naja, sicher. Man kann das dann gar nicht so wahrscheinlich auflegen. Also sitz mich im Urlaub auf Einkaufsstraßen ist nicht recht relaxend. Das glaub ich. Das glaub ich. Du solltest noch irgendwann in die Ferne spazieren gehen. Ja. Nein, anschalten ist halt nicht so einfach. Okay. Aber du bist auch sportlich, ne? Nehm ich mal an. Das ist mein Ausgleich. Ja, gut. Aber ich weiß nicht, ob du denselben Sport wie deine beiden Kolleginnen machst, die jetzt gleich kommen. Weiß ich nicht. Aber Mirnesa, können wir gleich klären. Mirnesa und Mirneta gibt es nur im Doppelpack. Und da kann man echt sagen, die sind schöner als es die Polizei läuft. Herzlich willkommen. Hallo ihr zwei. Und ihr seid das stärkste Duo, das Österreich zu bieten hat, gell? Genau. Weil wir machen Jiu-Jitsu schon seitdem wir sechs sind. Das ist eben so eine Mischung zwischen Judo und Karate. Das heißt, wir werfen auch, aber wir schlagen auch. Das ist so ordentlich. Ey, ich hab ja das Wochenende verbring ich ja mit meinen Gästen. Dann bereite ich mich auf die Sendungen vor. Und dann hab ich euer Foto gesehen und hab dann gegoogelt. Ich wusste es nicht, was Jiu-Jitsu ist. Du wahrscheinlich schon, ne? Besondert. Ja, genau. Und denkt man nur, ist ein Hammer, dass ihr zwei, wenn man jetzt nicht weiß, dass ihr bei der Polizei seid, dann weiß man nicht, dass ihr Jiu-Jitsu macht. Und da sogar Olympia, Weltmeister, was habt ihr da? Ja, bei uns gibt's keine olympischen Spiele. Jiu-Jitsu ist leider nicht olympisch. Aber wir haben die World Games. Das sind quasi die olympischen Spiele für nicht-olympische Sportarten. Und da waren wir 2013 in Kolumbien, zwei Wochen lang. Und wir waren von über 40 Sportlern, die teilgenommen haben. Also aus Österreich waren wir die einzige Goldmedaille. Ciao. Und noch irgendeine, gell? Ja, genau. Also wir sind zweifache Weltmeister seit November letzten Jahres. Seit Juni, heuer sind wir zweifache Europameister. Und bei uns gibt's neben den World Games gibt's World Combat Games. Das sind auch wie die World Games, aber nur für Kampfsportarten. Und die haben wir auch gewonnen. Das Schöne bei euch ist ja nicht nur, dass ihr hübsch und sportlich und erfolgreich seid. Ihr habt auch Migrationshintergrund. Das ist sehr spannend. Ja, genau. Wir sind in Bosnien geboren. Wir sind mit acht Monaten, also im Zuge des Jugoslawienkriegs, nach Österreich gekommen. Als Flüchtlinge. Als Flüchtlinge, genau. Und leben halt jetzt schon. Und wo seid ihr hingekommen? Eigentlich am Südbahnhof. Südbahnhof, genau. Und dann? Und dann wurden wir direkt nach Brespaum irgendwie geführt mit der Familie. Und dort sind wir eigentlich noch immer wohnhaft. Also wir haben Brespaum eigentlich noch nicht verlassen. Und wo seid ihr da hingekommen? Also im Brespaum dann? Als Fahrsaal. Also bei der Kirche am Hauptplatz haben's alle Flüchtlinge in den Fahrsaal gebracht, wo alle gemeinsam mit ihm gewohnt haben. Unsere Mutter, dadurch, dass wir Babys waren, haben wir dann irgendwie so einen leichten Ausschlag gekriegt. Und da hat der Pharao uns aber dann seine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Okay. Seitdem haben wir dann im Pfarrhaus gewohnt, bis wir eigentlich in die Hauptschule gekommen sind. Also eigentlich ewig lang. Mhm. Habt ihr da jetzt immer so mit den ganzen Flüchtlingen jetzt, die ganzen Schlagzeilen und Medienberichte und was man so hört, seid ihr da ganz besonders? Fühlt sich da sehr betroffen? Ja, sicher. Also die Zeit war nicht leicht. Überhaupt, ja. Jemand musste ja die Sprache lernen von innen. Also alle haben die Sprache lernen müssen natürlich. Und wir haben es leicht gehabt, weil wir sind mit Deutsch aufgewachsen, wir hatten keine Probleme. Bei uns war es natürlich so, wenn wir in die Schule gekommen sind oder wir haben jetzt, keine Ahnung, irgendwelche geschichtlichen Fragen gehabt oder zu Österreich, haben sie es natürlich nicht beantworten können. Aber wir hatten genug Leute, die uns da, ja, beiseite gestanden sind und uns geholfen haben. Und Bosnisch können Sie schon? Ja, genau. Das heisst, es ist auch ein irrsinniger Vorteil, wenn ihr jetzt irgendwo geholt werdet und auch übersetzen könnt. Trennt theoretisch, ne? Ja, sicher. Also Leute mit Migrationshintergrund bei der Polizei ist auf jeden Fall ein grosser Vorteil und nützlich für die Polizeiarbeit. Weil die Sprache ist eigentlich das Um und Auf bei der Polizei. Und wenn ich ein Gegenüber habe oder Betroffene, mit denen ich mit Deutsch nicht weit komme, weil sie eben nicht der deutschen Sprache mächtig sind und die eben genauso aus Bosnien, Kroatien, Serbien kommen, dann ist einer mit der Sprache auf jeden Fall geholfen. Okay, okay. So, und wolltet ihr sie immer zur Polizei? Ja. Eigentlich schon, ja. Also wir wollten schon von klein auf immer zur Polizei. Wieso? Ja, weil wir mit sechs mit Schio begonnen haben und auch unser Trainer eben Polizist war. Und wir haben das eben damals schon sehr spannend gefunden und haben zu ihm hin aufgeschaut eigentlich. Und wir fanden damals eben den Beruf schon sehr spannend und sehr vielfältig. Dann haben wir eben die Hackmatura gemacht. Und genau im gleichen Jahr, wie wir die Schule abgeschlossen haben, gab es eben die Ausschreibung zum Spitzensport-Pooler-Polizei, wo eben nur sieben Sportler aus ganz Österreich wieder gesucht bzw. aufgenommen wurden für diesen Pool. Und wir haben nicht lange überlegt und haben uns sofort dafür entschieden, haben uns beworben natürlich, weil das die perfekte Kombination zwischen Sport und Beruf ist. Und ja, dann wurden wir eben ausgesucht, haben normal die Polizeiaufnahme gemacht wie jeder andere und haben es beide geschafft. Und seitdem sind wir bei der Polizei. Aber ihr wärt nicht dort, wenn nur eine genommen worden wäre, gell? Nein, sicher nicht. Soweit haben wir eigentlich gar nicht gedacht bzw. es war für uns eigentlich von Anfang an klar, entweder beide gehen zur Polizei oder keiner. Dann hätten wir uns vielleicht in eine andere Richtung überlegt, dass wir beide einen anderen Beruf machen oder die Aufnahme eventuell in einem Jahr wieder gemeinsam machen. Auf jeden Fall eigentlich gemeinsam. Es ist jetzt immer zusammen eigentlich, ne? Ja. Es ergibt sich eigentlich. Besprechen wir das nicht, sondern es ist so. Ja, wir machen schon eigentlich das ganze Leben alles zusammen. Wir trainieren zusammen. Wir sind immer in jeder Schule nebeneinander gesessen. Die Freizeit verbringen wir zusammen. Also es ist halt keine Frage, was machst du, was mache ich, sondern was machen wir jetzt? Schon ein bisschen verrückt. Ja, wir reden oft in der Mehrzahl. Und wenn Leute nicht wissen, dass wir zu zweit sind, dann fragen sie uns, wer ist eigentlich wir oder wovon wir reden? Ja, ja. Sie sind so wie der Wissen-Kaiser, ne? Ja, genau. Das erklären wir dann immer, ja. Zillinge. Ja. Aber auf alle Fälle habt ihr das auch super verbinden können, Sport und Job jetzt. Auf jeden Fall. Das war das Idealste für uns und für den Sport auch. Die beste Entscheidung eigentlich, die wir treffen konnten. Und seid ihr vergeben? Ja. Okay. Also du ja, du nein. Nein. Das ist aber lustig. Ja. Es wechselt sich komischerweise immer ab. Was? Der eine? Nein, nicht der eine. Also immer. Ja, der eine hat's mehr oder wenig eigentlich, ja, eigentlich immer zu zweit. Ideal wären Zwillinge. Optisch wahrscheinlich, ja. Also ein Zwillingstärchen wäre super, ne? Ja, das wird für noch mehr Verwirrung sorgen, glaube ich. Aber das wäre perfekt, wenn man das zwei Typen wäre, die so wie ihr draußen. So wie ein Bilderbuch wahrscheinlich, ja, aber nein, lieber nicht. Lieber nicht. Aber ich muss mir keine Sorgen machen, dass da nicht bald jemand kommt, ne? Nein. Gut, okay. Aber jetzt kommt auf alle Fälle Alfred, der wird uns gleich erzählen, wie es so ist am Land, weil es gibt definitiv einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Hier ist der Alfred. Alfred, lange Zeit warst du in Wien und dann bist du aufs Land gezogen. Ja, richtig. Weil? Naja, also ich hab 82 in Wien begonnen mit der Polizeischule, war zwei Jahre in der Polizeischule, wie es damals war. Dann bin ich nach Wien-Meidling gekommen, war dort bis 2001, also 18 Jahre im gesamten in Wien. Und dann bin ich zur Autobahn Schandammerie damals gekommen und 2004 bin ich auf meinen Heimatposten gekommen. und mach jetzt seitdem in der buckligen Welt auf den Posten meiner Dienst. Und da bist du glücklich, gell? So ist, genau. So ist, genau. Ja, immerhin bin ich 18 Jahre hin und her gependelt. Immer noch im Dienst oder zum Dienst mit dem Zug hin und her gependelt. War doch eine lange Strecke. Und ich war ja damals ... Anstrengend. Machen aber viele, gell? Machen sehr, sehr viele. So ist. Aber nicht nur das. Also ich war ja damals, hab ich auch die Familie natürlich auch zu Hause gehabt. Und war, aber das war natürlich auch viel in den Vereinen überall tätig. Und somit hat es mich dann immer wieder nach Hause gezogen. Das bist du ja heute noch, gell? In verschiedenen Vereinen. Genau. Du machst alles. Ja, alles kann ich gar nicht aufzählen. Ein Vereinsmeier. Jawohl. In erster Linie bin ich bei uns in unserer Gemeinde Vizebürgermeister. Da hab ich natürlich schon mal viel tätiges Aufgabengebiet, wo sich vieles verbindet. Da bin ich zuständig für das Schulwesen, für das Verkehrswesen. Dann mach ich auch bei uns die Wanderwegeerhaltung und auch die Brauchtumspflege. Und du kannst uns sagen, wie man sich schützen soll vor Diebstahl-Einbrüchen? Ja. Es gibt ja jetzt in Niederösterreich oder österreichweit natürlich auch das Projekt Sicherheit in unserer Gemeinde. Und da bin ja auch ich ein Kommunalmanager, Verbindungsglied zwischen Gemeinde, Polizei, Bürgerinnen, Bürger, Polizei. Und da geh ich auch zu den Seniorenveranstaltungen und wo ich Ihnen Tipps übermittle. So wie jetzt wird dann wieder die Zeit der Dämmerungseinbrüche kommt. Das Einfachste ist eigentlich, wenn man nicht zu Hause ist, eine Zeitschalttour kostet nicht viel Geld. Dass ich irgendwo ein Licht aufdrehe in der Wohnung, damit das einen Wohncharakter hat. Keine Aufstieghilfen irgendwo liegen lassen. Kein Fenster gekippt lassen. Das sind einmal die ersten Tipps. So wie der Michi dann gesagt hat, er mit der Taschentippstelle so gerne. Beim Einkaufen nicht die Tasche unbeaufsichtigt lassen. Nicht ein Neffentrick. Das ist auch momentan so gang und gäbe. Und längst auch erst, weil ich auch bei uns beim Gesangsverein bin. Ein Sangesbruder verstorben. Hat mich die Tochter angerufen. Hat gesagt, meine Mutter ist ganz aus dem Häusl. Die hat gerade einen Anruf bekommen. Er wäre der Neffe. Er möchte zum Begräbnis kommen. Er braucht Geld überwiesen. Mit diesen Tricks arbeiten die. Oder das nächste ist, was ich immer wieder sage. Mails aufpassen. Keine Kontodaten bekannt geben. Keine Bankdaten bekannt geben. Wo ich mich öffnen könnte damit. Gott. Also wir haben lauter fesche, gescheite, aktive Polizisten auf der Bühne. Lauter Positivbeispiele. Aber lieber Oberst Johann Gollob, Leiter der Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien. Die Polizei macht auch immer wieder Schlagzeilen und zwar negative. Zum einen, warum? Und warum passieren auch diese gewalttätigen polizeilichen Übergriffe? Wir haben glaube ich jetzt auf sehr eindrucksvolle Art und Weise gesehen, dass unsere Polizistinnen und Polizisten vom Kindergarten bis über die Jugendlichen für alle Menschen dieses Landes hier sind. Und das sind immerhin fast 30.000 Kolleginnen und Kollegen. Das 24 Stunden. Und das bedeutet, wir haben es mit zig Millionen Amtshandlungen in diesem Land zu tun. Und unsere Kolleginnen und Kollegen sind ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft, von uns Menschen. Und bekanntlich ist es so, dass auch Menschen Fehler begeben können. Man muss aber eines wesentlichen, und das ist entscheidend hier zu unterscheiden. Mach ich einen Fehler, indem dass ich im guten Glauben handle, mich bemühe? Oder mache ich einen Fehler, indem dass ich wissentlich unrechtmäßig handle? Das ist ein qualitativer Unterschied. Beim Ersteren, das ist menschlich verständlich. Und da wird auch immer auch die Organisation und die Polizei hinter unseren Kolleginnen und Kollegen stehen. Und beim Zweiten sind sowieso die Strafgerichte dafür in dieser Sache verantwortlich. Es muss aber auch eines sein, man sollte nicht in diese Wahrnehmungsfalle fallen. Weil in welchen Relationen steht das Ganze? Wir haben zig Millionen Amtshandlungen, Hilfeleistungen, wo wir für die Menschen da sind. Und einige wenige tatsächliche Fälle, die dann auch eine Schuldzuweisung vor den Gerichten ist. Denn es ist ja so ein qualitativer Unterschied, es geht ja um Misshandlungsvorwürfe, die noch nicht einmal beim Richter gewesen sind. Und die werden natürlich dann auch entsprechend, da muss ich auch das eine sagen, von den Medien hochgespielt. Und andererseits aber bitte, wenn die Entscheidung vor dem Gericht gefallen ist, das Ergebnis geht dann meistens unter. Und wenn wir von zig Millionen solchen Amtshandlungen zwei, drei Fälle haben, wo wirklich einmal ein Potschen passiert ist, dann wird das hochgespielt. Aber das sind unsere Kolleginnen und Kollegen nicht wert, dass man das verallgemeinert. Und ich glaube, wenn man das erklärt, wird das auch unsere Bevölkerung verstehen. Herr Oberst. Wie man zur Polizei kommt, das kann man im Internet nachlesen. Das wird auch zu lang, würde die Sendung sprengen. Aber wieso sind Sie zur Polizei gegangen? Ja, das hat der eigentlich, der Kollege hat das auch ganz gut gesagt. Ich bin nach der Matura nach Wien gekommen und habe mich orientieren müssen. Also ich bin nicht als Polizist geboren und habe mir gedacht, jetzt muss ich ein Geld verdienen. Und bin von Studentenheim damals direkt in die Marokkanerkaserne, in die Polizeischule gegangen. Es war nicht so eine besondere Umstellung, weil ich war vor allem auch im Internat in der Mittelschule. Aber ich habe es auch bis dato nicht bereut. Es ist ein sehr fordernder. Ich habe alle Stationen von der Picke auf durchgemacht. Aber auch sehr schöner Beruf, weil wenn man es richtig anlegt, kommt sehr, sehr viel zurück. Und das ist eine Befriedigung im Leben. Und Sie haben auch einen super tollen Ausgleich. Also es ist nicht das Radl, wie bei Josef, aber es ist etwas sehr Schönes. Nämlich? Sie meinen die Bürgernähe? Nein! Das Singen! Oh! Auch die Bürgernähe! Das ist super! Nein, das ist im Rahmen der Bürgernähe. Ja, okay, okay, okay. Na gut, wenn man gemütlich beisammen ist oder wenn besondere Anlässe sind und da werde ich gefragt, Gehan, Sie singen unser Liedl, dann singen wir halt miteinander. Genau. Und Ihr bester Freund oder Gesangskollege oder quasi so Kollege ist auch ein, jetzt muss ich sagen ORF-Kollege, wir haben uns nie gekannt, aber zumindest kennt ihn die Welt nämlich? Naja, es hat schon mit verschiedenen gegeben, aber derjenige, den Sie meinen, von ORF, ist der Herr Podgorski, der Daddy, der Daddy Podgorski. Und da durfte ich auch natürlich, ausgehend von einer Amtshandlung mit Rudi Buchbinder, durfte ich bei etlichen Auftritten von Podgorski etwas singen. Und das war halt ein Polizeilied, das war der Cell-House-Rack von Elvis Presley. Und das war der Kostprobe. Vielleicht gibt's irgendwann eine Kostprobe. So spontan geht das nicht, gell? Nein, spontan. Na gut, das ist schon spontan, gell? Dankeschön. Wie wir heute gesehen und gehört haben, gibt es bei der österreichischen Polizei nicht nur schwarze Schafe, sondern ganz im Gegenteil Menschen, die mit viel Herzblut und Engagement ihrem Beruf nachgehen. Und wir werden uns schon bald mit einem ähnlichen Thema hier beschäftigen, nämlich Soko Österreich, so lösen wir Kriminalfälle. Das wird sicher auch spannend. Servus. Die Soko Österreich, so lösen wir Kriminalfälle. Labore, DNA und Psychologie. Wir widmen uns den neuesten Erkenntnissen der kriminalistischen Methoden. Sie wollen dabei sein? Dann rufen Sie an. 0900 9100 98. Wiristä die Neuer, die Sie in der Kanzlei und Qualität haben Sie weiter. Willkommen auf Ihren Kanzlei. Sie möchten auch auf Ihren Kanzlei auf Ihren Kanzlei Bueno. Vielen Dank.